Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Judy, in dem verschiedene Ausschnitte aus dem Leben von Jodie Garland gezeigt werden. Was der Film genau kann und warum er auch zu Recht einige Nominierungen bekommen hat, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Wir können ja nicht den größten Star der Welt ohne ein Drink hier stehen lassen. Frank Sinatra ist hier. Frank ist klasse, aber er ist keine Judy Garland. Dem einen oder anderen dürfte Judy Garland ein Begriff sein. Eine sehr bekannte Schauspielerin und Sängerin aus den 1920er Jahren. Und sie ist schon seit sie Kind ist vor der Kamera, hat viele Filme gedreht und ist eigentlich seit sie so Teenager ist, komplett im Showbusiness. Und ja, hier wird eigentlich die Geschichte erzählt, wie sie viele Jahre später, kurz vor ihrem Tod sozusagen, ja am Ende ist. Wie sie mit sich kämpft, weil das Problem ist, sie ist nicht mehr so gefragt im Showbusiness. Sie kriegt nicht mehr so viel Gage, hat dadurch große Schulden und kann dadurch sich auch zum Beispiel keine Wohnung mehr leisten und verliert dadurch auch das Sorgerecht für ihre Kinder. Und die einzige Möglichkeit, die sie noch hat, ist in England, wo sie noch wirklich sehr begehrt ist, im Gegensatz zu den Staaten, auf Tour zu gehen, um dort wieder Geld reinzubringen. Und ja, das muss sie dann tun, getrennt von ihren Kindern sein und das nimmt sie sehr schwer mit. Und man muss sagen, es ist toll gespielt. Also die Geschichte ist mitreißend, herzerwärmend und hat sehr viele schöne, tolle Momente. Jeder, der ansatzweise was mit Judy Garland irgendwie am Hut hat oder sich dafür interessiert, kann sich das angucken. Es ist ein sehr toller Film geworden. Und man muss sagen, von der reinen Thematik her ist es wirklich auch unabhängig, ob das Judy Garland ist, sondern wirklich dramatisch. Wenn du dir vorstellst, du bist, seit du irgendwie 12, 13 bist vor der Kamera, wirst vom Management sozusagen kontrolliert. Du darfst nicht mal essen, was du möchtest, weil du musst dünn bleiben. Und ja, das Ganze über 20, 30 Jahre hinweg hast, hunderte Filme gedreht. Und am Ende willst du eigentlich nur mit deinen Kindern irgendwie eine schöne Zeit haben. Und das geht dann nicht, weil du kein Geld hast und sie dir weggenommen werden und die bei deinem Ex-Mann leben und so. Das ist irgendwie schon echt hart, muss man sagen. Also dementsprechend von der reinen Thematik her sehr gut umgesetzt. Tolles Schauspiel, komme ich gleich noch zu. Also Story-technisch sehr gut, 4 von 5 Punkten. Schauspielerisch macht es Renée Selviger wirklich gut. Also nicht ohne Grund hat die einige Nominierungen bekommen. Die ist wirklich super authentisch, ja, herzerwärmend, mitreißend, also toll. Der Rest vom Cast insgesamt sehr, sehr gut. Nicht allzu viele bekannte Schauspieler sind so noch dabei, aber sie macht wirklich das im Hauptcast richtig, richtig gut. Dementsprechend schauspielerisch 4 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, sieht der Film ganz schön aus. Er ist ein bisschen mehr Glamour an manchen Stellen. Versucht er zu verkaufen, als der Film eigentlich ist, weil es ist im Grunde ja wirklich ein Drama. Und so viel Glamour ist er an vielen Stellen nicht. Und man sieht diese Figur immer wieder zerbrechen und, oder ja, am Boden. Dementsprechend so filmisch an sich ganz schön umgesetzt. 3 von 5 Punkten ist in Ordnung, reißt aber keine Bäume aus. Trotzdem solide, sauber produziert. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fahrzeug. Ich muss sagen, Jodie ist ein Film, der wirklich speziell ist, aber oftmals wirklich sehr mitreißend ist. Und ja, am Ende geht man aus dem Film raus, etwas bedrückt. Und vor allem, weil diese Frau sich wirklich komplett das Leben, dem Showbusiness gewidmet hat und einfach nur mal durchschnaufen möchte und dann auch noch von ihren Kindern getrennt. Also es ist wirklich eine harte Geschichte an manchen Stellen. Toll schauspielerisch umgesetzt. Hat einen schönen Tonus insgesamt. Also jeder, der sich ansatzweise dafür interessiert, kann sich den angucken. Ist ein guter, richtig guter Film geworden. Dementsprechend 4 von 5 Punkten Empfehlung fürs Kino. Insgesamt 15 von 20 Punkten. Starker, guter Film geworden. Kann man sich angucken. Vor allem, wenn man, glaube ich, für die Oscars ein bisschen vorbereitet sein möchte. Dementsprechend war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alle gerne einen Daumen hoch da seid, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzucken. Ciao.